Na, war okay. Aua, da kommt einer von der Seite da oben hier. Ja, der ist weg. Ja, heute ist echt lustig, macht echt Spaß. Oh shit! Das ist immer lustig. Braw, 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 brawler. Ich hab'n Hit, noch ein Hit. Alle, die jetzt nicht magsen, heute sind auf. Antivehikel umrüsten, oder, wenn sie nicht mäxeln sind, auf Heavy. Außer die Garnahe. Schnell, wir wollen... Und ein, zwei, vier. Und alle wieder rein, wer es nicht geschafft hat, hat nicht. Applaus, komm. Da kommen wir schon, raus, 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 raus. Wir können raus, flyboot, wir schießen hier ab. Feuer, Feuer, Feuer. Komm, 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 komm. Ja, ich muss reload. Das wird schon, das wird schon, ich muss zurück. Sorry, ich hab' Adrian überfahren, das kann ich nicht so sein lassen. Alien, warte. Wir retten. Alter, das steht der Brawler direkt vor mir. Ich hab' den Max genommen und hab' nichts aufgewertet. Ja. Ich hab' auch nicht mehr lange... Ich hab' noch vier Schuss. Brawler ist down. Ja, ich hab' noch ein paar Wehr, aber... Darum schieß' ich hier doch nicht so gut direkt. Passt, macht das nichts. So. Gut, wir gehen vor. Ja. Der brennt, der kann kommen, der kann kommen, der brennt. Warte, warte, warte. Ich hab' ihn. Wieder, der Assist. Ja, ich hab' auch nur Assist, aber er ist weg. Das ist wichtiger. So, und jetzt nochmal zurück. Adrian, warte, wir brauchen ammo. 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 Wir brauchen dann keinen mehr. Wir gehen jetzt die Base rushen. Das war's. Genau. Ich hab' den Base mit der Double Bulldog oder Evo. Hallo, Standard. Wieso nicht? Gegen den Gegner der Schlüssel, Andy. Na toll, scheiße. Jetzt hab' ich wieder gewechselt, der fuck. Ich bleib mal sitzen. Das ist easy. Merk dir, wie er nicht kann. Das ist easy. Ja? Das ist easy. Da hab' ich auch nur noch ein Magazin. Ja. Aus. Raus. Ich bin draußen. Jetzt folgt jetzt zu ab. Wir campen jetzt nochmal. Wir greifen jetzt das Jahr. Greifen wir an. Als erster greifen wir an. Als erster greifen wir an. Ich positioniere den Sandler verbessern. Ja, als erster ist positioniert. Irgendwas ist hier explodiert. Äh, ihr habt'n leichtere Nebel. Lauf vor und clear die Minen für mich. Was ist ein Minen? Hier liegen keine Minen. Ey, Bies. Da ist es auch. Äh, es sagt, äh, Lightning von links. Bies, du musst jetzt nicht mehr im Platz sein. Ich repariere ihn. Äh, wir können hier nichts einnehmen. Gern das. Lauf. Müssen wir doch. Nö. Geh nicht mal ein Launch. Weil ihr einen Chuck-Intel-Hub. Jo. Ich geh zurück, bleib dabei da. Oh, Mais. Wie heißt der Typ, Sven, Mais höchst ist? Ja, ist der. Okay, der, der hat's nicht gecheckt, der Lightning. Moment. Mütze-Test? Mütze-Test, genau. Mütze. Mütze-Test? 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 Ja, ich geh. Ciao, ciao. Ciao. Du Gott, ich bin kein Schuss. Das wird wieder so gut wie neu sein. Ey, passt auf, da ist jetzt ein Lightning mit dem Sunrise. Okay, ich bin tot. Da, bleib hier. Wo ist er denn? Warte, bleib da, ich clear den A-Punkt da drüben. Habe ich noch nicht bauen wegen dort? Das bringt uns ja nichts, wir können die Station hier nicht einnehmen. Ja, er macht den A-Punkt, du wartest. Check. Check. Da ist ein Bumme gedreht, also. Das war jetzt nicht zu dir raus. Was? Wo muss denn Markus hin? Wie läuft die Zeit? Weg. Weg. Eine Minute noch. Und 20 Sekunden. Sehr gut. Aber es geht um die Minute. Und... Jetzt hat... Guck mal, wie sie alle hinter meinem Gesicht stehen. Leute, verteilt euch einfach schon mal, dass er bei jeder einem Punkt ist. Also ein paar zum C-Punkt, ein paar zum A-Punkt, ein paar zum B-Punkt. Äh, wir drei bleiben hier bei A. Ich hab Angst, ich bleib hinterm Schild. Jetzt eilt euch das selber auf, ich hab grad keinen Bock drauf. Nein, Spaß. Du darfst das schon. Mycetis schreibt, ey. Hi, Mycetis. Du solltest wieder so gut wie neu sein. Ich werde nicht. Nein. Ich stimme aus dem Hintergrund. Ich werde schon wieder Sunny zu dir rüber, Edelstweiler. Ja. Ich soll aber lange, wenn ihr das sofort dann einnehmt, ist das eigentlich kein Problem. Wollte ich nur drauf hinweisen. Eine Hose-Marsche, aber der Blau-Mapest. Wird. Wie lange ist der Timer? Eine Minute noch mehr. Ich bin schon wieder bei euch. Warum sind die Kunden? Aber okay. Aua, da kommt einer von der Seite da oben hier. Ja, der ist weg. Danke, Fauna. So, mach das bereit. Wo sind wir? Wie heißt denn das, Kaff? Hier hast du noch ein bisschen Muni. Danke. Ähm, Hates, Kato. Da Hates. Du kannst ihn auch einladen, Futur. Nein, das ist doch ein Teaminternes Training. Boah, lad ihn einfach ein. Es wiegt es auch nicht aus dem Team. Ich hab hier zusätzliche Munition. Das muss ich. Brauchst du noch ein bisschen Muni? Ne, ich hab noch voll. So, und die Hälfte geht jetzt dann mit mir zum Bpunkt, die andere zum C. So. Ich bleib gut hoch. Ja, da machst du wenigstens Punkte, gell? Ja. Da gehen die Medics hin. Dann geh ich mit Feuertürmwoll und Adi lang zu C. Ich geh jetzt noch zu C rüber. Gibt Feuerunterstützung. Besser, also spülen wir da jetzt grad. Solomansk vor der Nummer. Ey Leute, lauft jetzt ernsthaft alle da. Kommen wir ja zurück. So ein Medic ist bei A. Da, schleicht dich. Da ist meiner hier. Ich bin jetzt gerne jetzt noch die Nummer 2, die Nummer 2, die Nummer 6 und die Nummer 11. Einfach spontan gewählt beim T-Punkt. Gibt Feuerunterstützung jetzt alleine lassen, oder was? Nein, nein, nein. Ich bin froh, scheiße. Dann lasse ich alleine. A, brauchen wir dabei nicht. Also, sorry. Also, nebenbei. Weil, dass wir dann alle wenigstens angekämmt. Ah, danke, ey. Das ist einfach jetzt grad so. Wenn du mal als erstes zu A, weil da nie jemanden verteidigt. Eben drum. Was willst du da unten? Ja, ich steh mich halt jetzt allein bei A, mein. Auch du scheiße. Sani, Invi, Hilfe! Ja, ja, ich bin der Tod. Ich kann jetzt erst wieder kommen. Warte, wo bist du? Nein! Sani, Invi, Hilfe. Edelsteiler. Fuhne, Fuhne, hier. Fuhne, hier. Ich bin Spion. Ja, ich bin. Die Muni erst mal. Ich hab Radian und Fauna sind da. Geil. Hinter uns. Warum sind hier eigentlich nur Hunderter? Ach, ich bin schon wieder tot. Die ist jetzt. Oh, Leute. Nur Hunderter. Ey, das ist ne Level 8 der, ähm, Max-Einheit. Fuh, fuck. Zurückziehen. Na ja. B-Punkt. Ihr haltet jetzt nur den B-Punkt. Egal auf A. Ihr haltet den B-Punkt. Ich zieh dir bei L'Azander, okay? Ja, ja, lauf doch zu A rein. Da steht da, der Wanken ist vormöglich. Ich hab' ich sogar noch ein Sander. Trotzdem, ich zieh noch einen. Einfach, was wir haben. Oh, wow. Hab' 8900 Punkte gemacht. Ich bin zu früh. So A. Sehr gut, Leute. 22 Meter waren nicht gestorben. Leute, sind zwei Stück hier, das gar nicht bei A. Keine sehr gut. So, Leute, was hab' ich grad' gesagt? Wo ist der B-Punkt? Das stimmt. Die Einzigen, zwei, die hier sind, sind Dugg und ich. Da ist die Kultur wieder. Ich komm' ja. Warte, ich komm'. Wir müssen zu B. Das, was Elis da gesagt hat, machen wir jetzt, wir gehen alle zu B. wenn wir in der sportmöglichkeit haben dann können wir die restlichen punkte auch wieder nehmen aber wir sind gleich das 2 und da steht jetzt so wird es habe ich 100 weg geholt vorsicht vor euch vor euch ja wo kommt der jetzt her also werden verloren weil da kann ich von zwei maxus und ungefähr zwölf von terristen angegriffen wurden und man kann hier nicht mehr bei euch spawnen weil ich kann doch jetzt bin ich wieder da und ich passe leider nicht gut drei kills trotzdem vor einem sponsor hier und holst du wieder eine max oder lang ich habe nur noch 300 ich muss das wieder zocken ja okay dann sagt es mir dabei spiel ich schwere einheit noch also ich finde es bisher sehr gutes training nur ein training besser kennenzulernen wie wir gemeinsam spielen und futura was ist am sonntag muss ich was soll am sonntag sein event also obs ja am sonntag habe ich zeit ja gut da muss ich im forum anmelden und dann kannst du mitmachen bei genauere fragen fragst die nummer moment trommelwirbel 1 nummer 1 und die nummer 8 und auf jeden fall ist die sex darfst du nicht fragen die hat nämlich gar keine ahnung sie kämpfen denn sagen er und ich wollen sie alle weg mit der pull das macht ganz spaß dass er eben das sehe ich jetzt auch nicht an die kämpfen gleichzeitig wie eine base bei uns aber auch uns ist mit eindeutig wird weil die vorher dran erwarten schon max kill hast du den gekriegt du ja gut eine die tot sind also alle zu bauen wirken oh nein gut und ich